Hey Leute, heute habe ich richtig spannende News für euch, melde mich hier sogar aus dem Urlaub, denn der belgische E-Bike-Hersteller Cowboy hat ein neues Bike im Gepäck. Wenn wir über Cowboy sprechen, dann reden wir natürlich über minimalistische Design-E-Bikes. Ich selbst fahre Cowboy bereits seit 2018, liebe die wirklich sehr smarte Motorunterstützung, die sich permanent an die jeweilige Fahrsituation anpasst. Dann natürlich der gute Support, der im Bedarfsfall sogar zu euch nach Hause kommt. Für mich ist das Cowboy 4 aktuell eines der besten smarten E-Bikes für die Stadt und für den urbanen Raum. Und heute, da wächst Cowboy über die Grenzen der Stadt hinaus und stellt mit dem Cowboy Cross sein erstes vollgefedertes Touren-E-Bike vor mit richtig hoher Akku-Reichweite. Und in diesem Video, da besprechen wir alle Details des neuen Cowboy-Bikes. Kommt mit! Mit dem neuen Cross-Modell erweitert der Hersteller Cowboy den Einsatzbereich seiner urbanen E-Bikes. Vom Pendeln in der Stadt bis hin zu Wochenende-Abenteuern auf dem Land. Dafür erforderlich eine große Reichweite und natürlich ein Maximum an Fahrkomfort. Wie Cowboy das gelingt, schauen wir uns jetzt auf Basis der Specs einmal genauer an. Das Cross verfügt über ein umgekehrt gefederte Vorderradkabel, ja was es alles gibt, und eine Teleskop-Sattelfederung. Ja, beide mit 40 mm Federweg und sie sollen natürlich auch auf längeren und ruppigen Strecken für eine ruhige Fahrt sorgen. Dazu kommen hochwertige Pedale mit optimiertem Grip, da kann man wohl auch mal kräftig antreten. Und 60 mm breite Reifen mit Spezialprofil, die natürlich auch nicht nur für eine reibungslose und sichere Fahrt, sondern auch für mehr Komfort sorgen sollen. Der integrierte Gepäckträger trägt zu einer Gesamttragfähigkeit des Cross von 140 Kilo bei. Eine Erweiterung des Stadtgebiets, die ermöglicht die um 50% gestiegene Akkukapazität. Die herausnehmbare in Dänemark hergestellte Batterie bietet 540 Wh und damit eine um 50% höhere Kapazität als die bisherigen Urban Bike Modelle Cowboy Classic und Cruiser. Das Classic haben wir selbstverständlich auch für euch getestet, ich habe das Video jetzt oben rechts noch einmal für euch verlinkt. In der Praxis bedeutet das eine Reichweite von 60 bis 120 Kilometern. Die Ladezeit ist mit drei Stunden durchaus als schnell zu bezeichnen. Ja, der Akku mit der integrierten Rück- und Bremsleuchte sieht quasi so aus wie beim Vorgänger und vielleicht sehen wir ja auch bei diesen Modellen künftig noch ein Akku-Upgrade. Auch in Sachen Design bleibt Cowboy hier glücklicherweise seiner Linie treu. Das Cross ist schlicht unverwechselbar. Die optisch auffällige Silhouette, das schwebende Oberrohr, all das macht es sofort als Cowboy Bike erkennbar. Dazu das stufenlose Design ohne Bedienknöpfe, das cleane Cockpit, kabellos und auch der Rahmen ganz ohne Schweißnähte, all das macht es zu einem typischen Cowboy Minimalismus pur. Das Cross ist in drei neuen satinierten Metallic-Farben erhältlich, die von der Natur inspiriert sind. Zum einen ist das Lava ein kühles, dunkles Grau, Mushroom ein warmes, erdiges Grau und Moos ein anspruchsvolles Grün. Was auch immer das bedeutet, ich bin da schon wirklich auf die ersten Modelle in der Praxis gespannt und natürlich werden wir uns die für euch auch ganz genau anschauen. Auch das neue Cowboy gibt es in zwei Rahmenvarianten, einmal mit und einmal ohne Oberrohr. Das ST wird von 1,55 bis 1,90 empfohlen, wohingegen das Modell mit Oberrohr bis 1,95 empfohlen wird. Beide Modelle verfügen über den nach hinten geschwungenen Lenker des Cruisers, sodass der Fahrkomfort hier bei beiden Varianten absolut vergleichbar sein sollte. Das Modell mit Oberrohr ist etwas schwerer. Viele andere Komponenten, die kennen wir so auch schon vom Cowboy 4, wie etwa den Drehmoment starken 45 Newtonmeter Hinterradmotor oder aber auch das sehr wartungsarme Carbonriemen Antriebssystem. Die integrierte Beleuchtung ist offenbar auch bei diesem Modell leider wieder nicht STVO-konform, sieht aber natürlich nach wie vor echt schick aus. Ein Beleuchtungsset wird dann wohl wieder mitgeliefert werden. Ebenfalls wieder mit dabei, das ist das sehr minimalistische Cockpit mit integrierter Quadlock-Handyhalterung und einer schnurlosen Ladefunktion. Das ist echt clever. Und richtig nützlich wird das Ganze dann in Verbindung mit der Cowboy-App. Und auch hier gibt es Updates, denn Cowboy will in Sachen Fahrradintelligenz mit dem Cross neue Maßstäbe setzen. Es verbessert die intelligenten Fähigkeiten und stattet das Cross serienmäßig mit dem neuen Diagnosetool CheckMyBike aus. Dieses analysiert kontinuierlich das Bike, um die optimale Leistungsfähigkeit zu gewährleisten und den Serviceablauf selbst zu diagnostizieren. Die bereits bekannte Funktion FindMyBike, also ein GPS-Tracking zur Diebstahlsicherung, wird durch eine Turn-by-Turn-Navigation von Google Maps ergänzt. Außerdem gibt es ein Update in Sachen Gamification, die das Fahrgefühl auf dem E-Bike mit der Einführung neuer Live-Challenges verbessern soll. Durch die Kombination von Level-basierten Herausforderungen mit interaktiven sozialen Funktionen von Cowboy sollen die Fahrerinnen und Fahrer dazu motiviert werden, auch mal das Auto stehen zu lassen und auch die sportlichen Aspekte eines E-Bikes zu entdecken. Ja, das sind so Spielereien. Da muss man einfach mal gucken, wie die in der Praxis ankommen. Der eine wird es brauchen, der andere eher nicht. Schön ist aber, dass Funktionen, wie die automatische Unfallerkennung und Benachrichtigung von Freunden und Familie weiterhin enthalten sind. Insgesamt mischt Cowboy aus meiner Sicht in Sachen Software hier wirklich weit vorne mit. Fassen wir jetzt zum Schluss noch einmal kurz zusammen. Aus unserer Sicht sind die beiden Cowboy-Cross-Modelle eine ideale Erweiterung der Cowboy-Produktpalette. Ideal für all diejenigen von euch, die einen Cowboy auch abseits gut ausgebauter Straßen- und Radwege nutzen wollen, auf Kopfsteinpflaster, auf langen Touren durch den Wald und dabei natürlich nicht auf Reichweite und Komfort verzichten können und wollen. Das Cowboy-Cross kann ab sofort zum Einführungspreis vorbestellt werden. Den Link dazu und zu kostenlosen Probefahrten, den packe ich euch wie immer in die Videobeschreibung. Und jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie euch das Cowboy-Cross gefallen hat. Schreibt es jetzt gern einmal in die Kommentare und lasst uns darüber austauschen. Natürlich werden wir das Cowboy-Cross auch hier auf dem Kanal für euch testen. Und damit ihr das nicht verpasst, lasst jetzt ein Abo da, läutet die Glocke, dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald das Video online geht. In diesem Sinne, fahrt vorsichtig, danke fürs Zusehen, habt eine gute Zeit und dann sehen wir uns schon ganz bald hier zu einem neuen Video auf Hantec. Ciao!